Okay, okay, ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, was, wer ist ein Lügner? Ich höre Stimmen, beziehungsweise ich sehe Stimmen, ich höre sie nicht. Ich glaube, ich gehe einfach mal kurz darüber. Was kann hier schon Schlimmes auf mich lauern? Es ist ein leerer Raum. Na gut, ein bisschen Brot ist hier. Eine zugemauerte Tür und eine zu geschweißte Tür. Schön, schön. Wer wohnt denn hier? Ach, hier ist noch ein Rachi. Ja, immerhin ein Klo gibt es. Aber trotzdem kann man die Wohnung nur durchs Fenster verlassen, beziehungsweise durch ein großes Loch in der Wand, das nicht mal ein Fenster ist. Einfach nur ein Loch in der Wand. Herrlich, schön. Gut, gut. Ich gehe mal nach unten. Ich glaube, da kommen wir am besten voran. Huch. Wach, Leute. Wir haben hier nicht gesehen. Wahrscheinlich ist er doof oder so. Hallo, Wach, Leute. Der muss sich mal irgendwo bequem hinlegen, glaube ich. Die Frage ist, wo? Einfach hier in die Nische rein. Ja, da sieht denn schon keiner. Hier hinter dem alten Kühlschrank oder was das sein soll. Wer streitet denn da die ganze Zeit? Oha, hier laufen noch bestimmt Wachen rum. Oha, 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 oha. Gebietskarte. Sie sind hier. Südtor, da bin ich reingekommen, ne? Hier ist das Haus vom Ahlmann. Drawbridge Way. Da ist die Brücke. Midrow Substation. Nördliches Ende. Lass mich raten, Sokolovs Haus ist bestimmt am nördlichen Ende. Ich muss sicher den ganzen Weg zurücklegen. Kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Da hinten sehe ich jemanden rumlaufen. Da an der Brücke. Die sieht schon geil aus. Können wir da ganz rauf? Die sieht schon sehr nice aus. Die Tower Bridge. Ich höre reichlich Stimmen, aber ich sehe niemanden. Das verwirrt mich immer ein wenig. Hier ist Pestilenz, also Vorsicht. Ich habe nicht vor, mich zu zeigen. Meinen die Mies? Die können mich unbündig gesehen haben. Was ist da los? Sind da Kämpfe am Werk? Ohne mich? Auch leer. Schade. Das wäre alles nicht so schlimm. Habe ich doch gar nicht. Ich hoffe, das ist zu behaupten. Oh. Wer liegt da rum? Haben die sich hier gegenseitig abgestochen? Oder was ist los? Kartenspielergebnisse. Wetteinsatz hier. Fünf Münzen. Äh, Münzen. Jack. Quilty. 23, 0, 38, 0, 59, 0, 59, 0, 53, 73, 82, 3, 103, 3 und 13. Keine Ahnung. Tja, anscheinend ist der Streit ein bisschen eskaliert. Kann ich die Machete mitnehmen? Nee. Hätte ich jetzt gerne, weil Macheten sind ziemlich cool. Okay, da sind die Wachleute. Da ist ein Korbelwerkzeug. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Siehste, da ist noch eine Rune. Bin ich dann vorbeigelaufen. Ich gehe also erstmal noch zurück. Ich will auf jeden Fall die Rune einsacken, bevor ich hier weiter über die Brücke gehe. So, hier scheint so auch niemand zu sein. Außer den Ratten natürlich. Ah, da sind ja die Racken gesäbt. Krass. Dem sollte ich mir also lieber nicht nähern. Die haben seine Tesla-Spule. Eine astreine geile Tesla-Spule. So, hier scheint sich keiner rumzutreiben. Jedenfalls sehe ich niemanden. Nur die Ratten. Die mich hoffentlich schön in Ruhe lassen. Boah, die Müll einmal sind alle leer. Okay. Ich gehe nochmal ganz kurz. Ja, genau. Da drin. Ich weiß nicht, wer das ist, aber der läuft hier rum. Also muss ich ihn würgen. Würgi, würgi. Das geht wirklich schneller jetzt. Wahnsinniger Überlebender. Ja, ist der denn wahnsinnig? Eilkräuter, ja bitte. Erster Tagebucheintrag. Erster Tagebucheintrag. 19. Tag. Monat der Saat. Was soll ich tun? Sie ist weg und hat ihre Sachen mitgenommen. Zurück zu ihrer Familie, als wenn das helfen würde. Die Seuche wird uns alle holen. Dritter Tag. Monat der Nerze. Mir wurde Arbeit auf einem der Walfängerschiffe angeboten. Endlich kann ich von hier verschwinden. Eines Tages werde ich mir ein Haus in Tyvia suchen. Im Norden. Die Winter sind dort kalt. Keine Ratten, keine Seuche. Naja, also Ratten wohnen auch in kalten Gefilden, glaube ich. 28. Tag. Monat der Netze. Am letzten Tag des Monats hat sich mein Glück gewendet. Ich habe etwas gefunden. Glänzend. Glänzend und alt. Sieht nach einem Wahlknochen aus, der einem Glück bringen soll. Wenn du meinst. Es war sicher das da. Ein Outsiderschleim. Mit einer Rune. Hallo. Glüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf. Bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Geil. Vor tausend Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Wahlknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Zum Spaß? Kinder finden sie noch heute, angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Rune eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Ach, der arme Sokolov. Sokolov glaubt, mein Erschein vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk. Und führt grausame Rituale unter der alten Abteil durch. Oh, grausame Rituale sagst du? Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Äh, äh, hallo? Er führt schon grausame Rituale durch. Was erwartest du denn noch mehr von dem Mann? Grausam. Dritter Tagebucheintrag. Äh, sollte ich vielleicht erst den zweiten finden? Egal. Dritter, 18. Tag, äh, Monat des Regens. Mein Cousin war da und wir haben darum gekämpft. Als ich ins Zimmer kam, hielt er es fest umklammert. Ich schrie ihn an und wir begannen darum zu kämpfen. Jetzt bin ich von Reue erfüllt. 26. Tag, Monat des Regens. Er sitzt immer noch in der Ecke gegenüber den Kerzen. Er war ein Dieb. Zweiter Tag, Monat des Windes. Ich frage mich, wie er davon wissen konnte, zum Abendessen zu kommen muss ein Trick gewesen sein. Vielleicht hat er es anderen erzählt? Siebter Tag, Monat des Windes. Habe den Flur verbarrikadiert. Jetzt ist alles sicher. Elfter Tag, Monat des Windes. Die Woche kam, äh, die Wache kam und hat Leute mitgenommen. Die Nachbarn. Hier unten im Gebäude hat die Seuche. Jetzt weg. Es verspricht mich zu beschützen. Jede Nacht verspricht es das. Ja, das war also, das war der Cousin, nehme ich mal an. Und das war der Wahnsinnige, der jetzt schläft. Ach, da ist, äh, Nummer zwei. Sechster Tag, Monat des Regens. Mein Cousin Emil kommt schon bald und bringt ein Huhn zum Rösten mit. Ich werde nachschauen, ob eines der Geschäfte noch geöffnet ist. Vielleicht kann ich ihn ja bei Äpfel oder Kartoffeln kaufen. Ich tippe, also ich würde zu Kartoffeln raten. Auf jeden Fall zu Huhn passen Kartoffeln. Oder Reis. Zehnter Tag, Monat des Regens. Ich habe meine Wald, äh, Wald, Wahlknochenschnitzerei auf ein Regal gestellt. Aber ich konnte sie dort nicht von jedem Winkel des Raumes sehen. Also habe ich einen kleinen Sockel dafür gebaut. Sieht schön aus im Kerzenlicht. Fünfzehnter Tag, Monat des Regens. Manchmal träume ich davon, manchmal träume ich davon. Punkt. In den Träumen macht es Geräusche wie der Wind, der durch ein zerbrochenes Fenster bläst. In anderen Nächten klingt der Wind wie eine Stimme. Ich hätte mich zum Hafen begeben sollen, um in den See zu stechen, aber es fiel mir zu spät ein. Vor einigen Tagen war das. Der gute, alte, wahnsinnig gewordene, wahnsinnige. So, haben wir das Artefakt auch. Ach, der Outsider, der walked among us. Das wusste ich ja noch gar nicht, danke für den Hinweis. So, jetzt würde ich noch einmal gucken. Ich habe ja schon mehrere Runen wieder gesammelt. Ich habe fünf Stück. Worin investieren wir? Ich wollte gerne Gesundheitsregeneration verbessern. Vitalität zwei. Ja. Das sind drei Runen. Und wollen wir Nachtsicht 2? Erlaubt das... Das können wir uns leisten. Erlaubt das Sehen im Dunkeln. Und das Sehen von Lebewesen eigentlich sicherer Sichtfeld. Ich wende hindurch. Macht selbstverurserte Geräusche sichtbar. Macht auch nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme. Ich wende hindurch sichtbar. Ja, komm, das nehmen wir mal. So. Dafür sind die Ruhm schließlich da. Knochi-Artefakte. Inventar. Ach, hier ist noch so dies und das. Meine Verbesserungen sind ja auch, was ich am Munition habe. Alles, was ich da habe. Die ganzen Schlüssel. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Also, jetzt muss ich da unten diesen Sicherheitsposten mal so ein bisschen auseinandernehmen. Ich gehe mal wieder runter. Ich werde mich ganz unauffällig verhalten. Zum Teil. Schön, die Kulisse der Stadt hier. Also, die Skyline quasi. Das ist voll riesig, ey. Von Horizont zu Horizont. Ich will noch mal da unten kurz gucken, ob da noch jemand rumkriegt. Oder auch normal läuft. Oder sollte jemand kriechen, würde mich das schon interessieren. Da kommt man auch hoch. Ich glaube, ich versuche es eher erstmal von oben. Ich muss ja erstmal einen Überblick verschaffen, wie viele Leute da rumlaufen und was die so machen. Komm ich da? Raus von mir? Nee, da reicht die Reichweite nicht ganz. Da reicht die... Warum nicht? Wie komme ich da rauf? War ich da schon? Ich glaube, ich war da noch nicht. Ich will da jetzt hin. Vielleicht probiere ich jetzt erstmal da. Ach ja, das war der. Richtig. Richtig, richtig. Aber komme ich... Siehste, komme ich hier doch noch rein. Die Frage ist nur, was finde ich hier drin wohl? Hoffentlich unermessliche Reichtümer. Unermesslich nicht, aber es sind schon Reichtümer. Und da liegt noch ein Laichbärd. Hm, ja, ja. Blut aus den Augen. Genau, das ist das beste Blut. Ich trinke eigentlich auch nur Augenblut. Weil das so lecker ist. Oh, da können wir uns einmieten. Hm, sieht gar nicht so schlecht aus. So, über den Dächern der Stadt. Okay, okay. Von hier haben wir natürlich einen guten Aussichtspunkt erstmal. Ich hoffe nur, niemand sieht mich, wenn da drüben Leute rumlaufen. So, da ist die komische Tesla-Spule. Können wir die aus dem Dings da heraus ausschalten? Wir müssen... Da geht das Kabel hin. Da läuft einer rum. Einer ist sicher da drin. Einer ist wahrscheinlich in dem anderen auch noch drin. Oha, ich bin ganz schön hoch hier. Da steht einer. Kann ich mich da... Kann ich. Die Frage ist... Die Frage ist... Sieht man nicht dort? Au! Die Tesla-Spule hat mich erwischt. Und ich kullere ein bisschen umher. Okay, okay. Ja, letzten Speicherpunkt, bitte. Ich hab da so eine kleine Idee. Also ich muss definitiv diese Tesla-Spule ausschalten. Und die läuft... Da geht das Kabel hin. Und da geht auch noch Kabel hin. Wahrscheinlich müssen wir wirklich von da unten kommen. Hier die Treppe rohnen. Dann können wir uns da rauf... Dingsen. Und dann hier das Ding irgendwie ausschalten. Ich hoffe, da sind wir außerhalb der Reichweite von dem Teil. Ich sollte das mal probieren. Das erscheint mir ein guter Weg zu sein. Weil so gerade eben wurde ich einfach nur weggeblastert. Und das lief nicht so super. Lass mich ungern einfach wegblastern. Ist unschön einfach. Da oben ist auch so ein fetter Scheinwerker. Der sieht mich doch auch. Na ja, Rattis. Uh, wach, Leute. Warte mal. Hallo. Guckt schon, bin ich an der ganzen Sache vorbei. Aber ich würde das trotzdem gerne ausschalten, weil... Oha, da sind Leute. Das ist ein letztes Mal. Dann bricht der Dienst uns wieder. Fertig. Also. Es gibt ein Paar, zwei Paare. Dann kommen die hohen Türme und dann... Das Quartier des Hauptmanns. Soweit kapieren? Ich bin doch nicht blöd. Was kommt dann? Dann kommt der Dunwar. Und danach... Alarm deaktiviert. Den hattest du? Das ist schon mal gut. So, kann ich diese Tesla-Spule da ausschalten? Weil ich habe so das Gefühl, dass es gut wäre, das zu tun. Ausgeschaltet. Hat mich jetzt jemand gesehen? Da hinten ist einer. Uhra. Schlaf. Schlaf. Ich habe ein Geräusch gehört. Irgendwas hat geflatscht. Oh, der hat nichts gemerkt. Noch nicht. Aber spätestens beim Würgen merkt er es. So, das läuft bisher ziemlich gut, muss ich sagen. Ziemlich gut. Sind noch die zwei da unten drin? Einer da, einer da. Ach, der hat den Bewusstlosen bemerkt. Deshalb war die Aufmerksamkeit kurz da. Da oben ist noch so eine Tesla-Spule. Ja, super. Kann man ja nie genug von haben. Immer langsam und leise, Stück für Stück weiter. Im Großen und Ganzen funktioniert es. Du hast einen Scheiß-Dreck. Ich denke, wenn ich diese Pfeile habe, kann ich sie auch ab und zu mal einsetzen, oder? Und hier waren nur die zwei und nicht noch mehr? Äh, wo ist denn der zweite? Ich bin absolut sicher, dass ich hier zwei ausgeschaltet habe. Wo ist der zweite? Weg. Einfach verschwunden. Naja. Ich überlege gerade... Ich glaube, ich muss nach da oben rüber zu kommen, ne? Gut, gut. Läuft. Schnarchbert ist auch da. Dass sich manchmal die Bewusstlosen einfach auflösen und verschwinden, das finde ich ein bisschen... Uncool. Aha. Und schon hat das Ding oben keinen Strom mehr. Sehr gut. Wenn man nur langsam und methodisch vorgeht, geht das alles eigentlich. Hier hätte man den Blitzpfeil auch an der Schalttafel noch deaktivieren können, aber... Ach, die sind überschissen. Wenn wir schon den Strom ausschalten, reicht das doch. So, und der da drüben sieht nichts. Das ist gut. Für uns alle. Hä? Da sind ja auf einmal drei Leute. Wo kommen die her? Kann mir das einer sagen? Irgendwer? Ne Ahnung, was die da machen. Die stehen da auch nur doof rum. Machen die irgendwas? Ich meine, irgendwas Interessantes, was für mich von Wichtigkeit ist. Stehen die alle mit dem Rücken zu mir? Ja. Ich würde jetzt gerne versuchen, sie auszuschalten. Das merken die. Oh, schade. Sie haben es bemerkt. Aber sehr spät, muss ich sagen. Ob das vielleicht doch funktionieren könnte? Ja, da? Höлавlich. Können Sie das nicht?